Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ich bin's, der Max Deus und ja, wir sind gerade auf dem Weg zu dem Floß. Wir brauchen aber noch ein bisschen Holz. Ja, klappt nicht. Egal, wir sehen uns gleich an, was es da drin gibt. Wir haben noch ein paar Rüben. Ah, geil, wieder ein Wal. Boah, ich liebe es, wenn die Wale hier kommt. So, dann packen wir die beiden drauf. So, dann können wir die beiden essen. Oder die drei, eher gesagt. So, wir bei uns mal. Ah, hier, klappt. Und... Ah. Komm, geh hoch. Ähm. Ja. Können wir den hier wieder zumachen. Und schauen wir mal, wohin wir fahren. Darin ist auch noch ein Floß. Blöße haben oft geilen Stuff. Dieses Mal wahrscheinlich eher nicht, aber... Können hier weiter ausbauen, immerhin. So, hier. Dann fangen wir hier weiter an. Ah, reicht nicht mehr. So, mehr in diese Richtung. Ich hoffe, zu dem Combo auch an. Äh, paar voller. Danke, platzieren. Das ist aber auch immer mit dem Finger so zeigt. So, dann nochmal drehen. Wir wollen zu dem Floß. Und dessen Truhe plündern. Aber wie baut man jetzt diese Antenne? Müsste doch hier sein, oder nicht? Wie glücklich, wenn die eine Antenne bauen. aber ich weiß nicht was dafür jetzt notwendig ist um die zu bauen ist ob die hier kommen soll oder nicht vielleicht leiterplatte verbarren und letter pflanzen kleber ist ich nicht warte mal aber waren zwei leiterplatte machen wir mal eine und hier packen wir mal die leiterplatte in forschen hier antenne springt klar empfänger das musste ich machen alles klar warte dann wo ist denn der jetzt hier wahrscheinlich empfänger hier kunststoff leiterplatte scharnier und hier schrott leiterplatte bolzen ich glaube da kommen wir nicht mehr an nochmal so ja weg von mir und das fasst nehmen wir noch mit die du 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 wo ist da oh nein die runde nein ja die mir noch in die tiefe kommen wüste ja die schnauze wir haben es überlebt mit dem wieder zu machen so was haben wir gesammelt zwei rezepte auf jeden fall und wir haben einen neuen tisch wir sind sehr viele tische waren wir die rezepte hier haben wir den da hin und dahin also das rezept jetzt hat einfacher fisch einen topf ein rezept das in einem topf gekocht werden kann und einfach das movie ein rezept das in einem safter zubereit werden kann dann packen wir das auch noch mal hier rein seile packen wir hier in plastik hat man hier eine hat man mal so hier zusammen scharniere ich sehe da eine große kiste noch mal so ja wir haben jetzt die kiste da hinten ja wir haben so dann müssten wir wieder was bauen können hier den stück ich will auf jeden fall mein floß erstmal in die höhe kriegen das ist jetzt auch ein bisschen schneller ankommen und komm ich habe keine ahnung wo der hängen geblieben ist aber den hier nehmen wir auf jeden fall mit die ananas nehmen wir auch mit haben wir hier die ananas so wollen wir essen und hier so und hoch 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 ach komm irgendwo muss es doch hochgehen hier hier sitzt es auf ach ja haben wir es geschafft so ja ok dann eher nicht Aber wir haben wieder ein bisschen Holz. Dann den machen wir mal zu und den hier wieder auf. Wir waren jetzt nur wegen dem Holz hier. Die können wir wieder wegschmeißen. Und die beiden können wir hier gerade gehen. Drehen. So, dann war es wieder kein Holz, das ist ja super. Keine Fässer in letzter Zeit, ja? Keine Ahnung, wo die Fässer jetzt sind. Ich muss aber den Kopf ein bisschen leiser stellen, die Ausfall sind gerade hochgedreht. Wurde sehr sehr laut bei mir. Ja, jetzt gucke ich mich hier hin. Dahin kommt wieder ein Fass. Deshalb bringen die am meisten was, finde ich. Und diese Kisten. So, der kommt sogar schon sehr sehr nah. So, und kriegen wir ihn? Ja, wir kriegen ihn. Aber wieder ein Paket. Lernt Uhr. So. So. Was haben wir noch hier? Eigentlich relativ nichts. So. Ne? So. Ah, hier fehlt mir was. Ein bisschen fehlt mir noch was an Holz. Ich sehe schon wo wir hin müssen. Dann machen wir wieder Rückbär. Dann müssen wir noch ein kleines bisschen drehen. Aber ein bisschen gegen den, gegen die Strömung. Ich hoffe, der hat sogar noch irgendwie eine Kitzel und nicht, dass er der ist, den wir vorhin gelootet haben, der nicht untergegangen ist. Wir sind aber relativ viele Rafts hier. Wir machen uns erstmal an. Ja, da ist eine Kiste. Ja. Wir haben die Kiste. Und jetzt geht's unter. Ähm. Und. So. Können wir jetzt wieder mit dem Wind. Ja. Wir machen hier. Wir machen hier. Wir machen hier. Wir machen hier. Ich finde es schade, dass bei mir es relativ langsam vorangeht mit dem Holz sammeln. äh. Wir machen hier einfach. Okay, der ist oben. Der hat aber im Horizont? Da ist mir nur eingebildet. Okay. ahnung gerade wir schippen in diese richtung ja in diese richtung also wir haben noch hier wo ein ding eine rübe den stein schmeißen wir mal weg und das hier auch noch mal auffüllen die versammel 0 da sobald wir nach oben verlagern können hier alles oder sobald wir das oben hin verlagert haben meine ich eher werden wir dann auch noch mal hier diese fangnetze machen hier schnappen uns auch noch ja kommen die weiter hier vorne hin wir haben aber wieder wenn aber ans am anfang etwas sehr viel weiter für zu investieren müssen um an alles ranzukommen weil für das was ich hier vorhabe so einen kleinen blick zu machen wenn wir jetzt noch nicht hier vorne kommt schon die netze entpacken das ruckeln ja jetzt haben wir ihn das war nicht das was ich haben wollte war nicht das was ich haben wollte da ist wieder eine insel so das gefühl wir tuckern immer zwischen den selben vier fünf inseln wie immer wieder zwischen den hin und her wo man hier am schwimmen sind so lange bis wir irgendwann zu einer richtigen insel müssen wenn wir die antenne gebaut haben ich aber oben haben will wenn wir an die inseln wir haben ja jetzt pfeil und bogen das heißt wenn wir jetzt dahin gehen sind wir etwas besser gewappnet dann würde ich sagen machen wir hier nochmal ein paar mehr wollte ich sagen wenn wir jetzt noch 24 ok keine ahnung wie viel ich da machen kann also stecken kann so und den noch machen wir aber erstmal 30 30 wird von Anfang reichen wie ich sagen wir drehen das hier noch ein bisschen bei und wir auf der insel bleiben und dann schauen wir mal was wir da jetzt dieses mal erreichen können mit dem bogen da schon das drecks vogelfiech oder eine planke egal jetzt ist eh zu spät oder die kommt von hier ja ich bin gespannt wie ich mich jetzt dieses mal schlagen werde gegen die viecher die docken auch gleich schon an und Anker werfen ähm alles klar nein eigentlich war ein Pfeil hier noch irgendwo ok hier ist doch nicht so einfach mit einem Pfeil zu schießen interessante Texturen eigentlich hier so dann suchen wir mal unser erstes Opfer was nicht so ein harmloses Küken ist hier ist eine neue Insel hier waren wir noch gar nicht fällt mir gerade auf ähm hier haben wir schon unser erstes Opfer nicht so einfach und gibt endlich mal nein muss endlich nein geil beginner war verkanter nice leer leder und rohfleisch und leder und jede menge steinfeile wir gehen noch mal kurz zurück wir müssen leder erforschen ja dann ob er lacht okay ich sehe jetzt aber keinen unterschied bei mir im bildschirm wir haben drei leder und 28 feiler haben wir noch okay dann fehlt uns doch wolle und federn mutz explosives pulver keine ahnung wo wir das herkriegen titan baden honig okay was denn hier fehlt uns hier nicht kann ich mit dem leder jetzt irgendwas machen ich glaube nicht aber ich pack das mal in diese kiste hier das fleisch können wir mal eben dahin packen 설� der auch mal langsam draufgehen oder nicht Wo ist denn hin? Komm. Nee. Wo ist das Hoppelding da? Gebt endlich mal. Kann doch nicht sein, dass er so viel Leben hat. Wo ist der denn? Geht der schon wieder hin? Toll, jetzt habe ich viele Pfeile verloren. Da hinten ist eine Hütte. Schauen, was wir da bei der Hütte kriegen. Oh, ein Lama. Die Hoppel hier auch alle immer so groß. Was ist denn das? Ein Aufstieg. Wassermelone, nice. Kleiner oder Viech. Kiste. Ah, Glas und Planken. Jede Menge. Wir gehen mal wieder zur Hütte da hinten. So. Was können wir hier holen? Einfach Angelköder, Chili, Purkuma. Lufthorn, Garderobe, Kompass. Dann Tic-Tac-Toe. Fundamentzähler. Bauplan, fortgeschrittene kleine Anbaufläche. Fortgeschrittene mittlere Bahnbaufläche. Fortgeschrittene Großanbaufläche. Hier gibt es dreimal Titanerz, nice. Kühlschrank. Lange Zubrücke, kurze Zubrücke. Pekingerhorn. Tradingpostkassette. Feldflasche. Detailplanke. Taucherhelm. Anglerhut. Sondrille. Piratenhut. Und was können wir verkaufen? Nur gewisse Fischarten, okay. Also mehr wird hier nicht funktionieren. Raum, ich will da wieder hoch. Noch eine Melone, nice. Füllte mal ein bisschen Hunger und Durst. Komm, hoch. Wir müssen hier noch ein paar Bäume fällen, weil wir Holz brauchen. Den hier zum Beispiel. Wo ist der Drecksvogel hin? Da. Da. Ich glaube, der greift mich jetzt nicht hier an. Rote Bären aufnehmen. Rote Bären. Oh. Jetzt hat er mich erwischt, der Wichser. Können wir den hier noch fällen? Ja. Nochmal rote Bären. Können wir den hier auch noch mitnehmen? Und sie zieht hier. Ich bin schade, dass wir die größeren Bäume nicht abholzen können. Ah, der geht gleich schon wieder auf uns los. Ja. Drecksviech. Nein. So, die schmeißen wir mal weg. Was ist denn das? Achso. Das sah gerade ganz komisch aus. Das sah gerade aus wie so ein Flugabiert oder so. Was hier abgestützt ist, wo ist jetzt unser Boot? Unser Schiff. So. Na komm, hoch, hoch, hoch. Äh. Noch ein Werkzeug. Kann man eine Axt oder können wir den machen? Wir machen den. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Oh, ich sehe gerade, ich überziehe schon ein bisschen die Zeit. Ähm. An der restlichen Insel hier, die Bäume, fällen wir auf jeden Fall dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, ich bin's. Ich bin's. Komm mal her. Ich bin's. 辦. Nachlas! 不是 andersin. Ich bin's. Und zwar. Wasเห mike. Ich bin's. Für mich. Ich bin's. False. 아침. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020